Die nächste Kandidatin, nächste Teilnehmerin auf der Bühne kommt aus Polen und ihr Artist-Name Ahu. Ihr Charakter Raifa Bhatma Kuralain aus Ace Attorney Spiele, Spirit of Justice. Sie ist Cosplayer hier seit 2007, kommt wie gesagt aus Polen, ihr Charakter ist ein Spirit Medium. Mehr als drei Monate fast Vollzeit hat sie daran gearbeitet. Die Waffe war der komplizierteste Teil, wir stehen unter anderem aus Drastik und Morbler. Applaus für Ahu, ein Saifa Bhatma Kuralain.